Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Spintires Multiplayer. Der Offroadrack Simulator. Aber das Problem ist, wenn man keinen Schwung hat, das ist ganz schlecht. Achtung, da stehe ich gleich links in der Kurve, falls ihr mich noch nicht seht. Warum fährst du denn nicht außen durch die Pfütze? Weil ich dachte, komm ich besser durch und du musst jetzt rechts um mich rum. Aber sicher nicht durch die Steine dahe, hab ich keine Lust. Nee, durch die Pfütze. Ja, ich hab aber jetzt... Ah, nein! Leute, was macht ihr? Ich hab alles im Griff. Es klingt aber nicht so. Achtung, Frau Enkel, du hast gesehen, wo mein Fahrzeug steht. Es wird jetzt eigentlich weggebliebt. So durch die Pfütze am besten, aber das ist... Ja. Und jetzt mich hier rausziehen mit dem. Du musst vor mich ran fahren und das wegziehen, dass ich da wegkomme. Ach so, okay. Und dann muss ich das auch noch wegziehen. Während ich mein großes hier ausgezogen habe ein bisschen. So, ich bin ja... Oder ich winde dich. Wo ist der da? Andere ist er? Ich gebe auch Gas. Ein bisschen hier links an den Rand. Geht das was? Es geht was. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gut, Cowboy ist okay. Und jetzt noch mein großes Fahrzeug. Ja, abgewinnert. Das ist doch nicht euer R. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch... Was ist los? Ich bin zu weit vorne. Nichts, 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 nichts. Warte, ich kann ja auch über die Karte. Im Fahrzeug. Du sitzt ein Fahrzeug? Ja, ich gehe gleich. Es ist derzeit peinlich, was mir gerade passiert ist. Ich habe ja gewettet, dass du dort in diesen einen Fachort reinfährst. Sag nicht, du bist auch in den einen Fachort. Ich wusste aber, dass er dort ist... Ah, ha, 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 ha. Die Scheiße. Okay, jetzt komme ich da rechts durch, ne, ne, nie und immer. Doch, ich würde da rechts durch, also... Das habe ich aber... Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Eigentlich bin ich da hinten ganz gut durchgekommen, das letzte Mal. Ah, doch, doch, ein bisschen. Ich fahre da, Anna. Ich bewege mich kein bisschen. Ist das euer Ernst? Die, die Wände noch ein bisschen ran. Ist das wirklich euer Ernst? Ja, ja, noch ein bisschen. Ich bin gleich durch die Wand gebrochen. Ja, ähm. Ja, 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 ja. Geht's? Ja, löst dich. Ja, 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 komm, komm, jetzt gibt es Gas. Also, hast du noch das Reparaturseffender? Ja, aber ich habe null Schaden. Wie sieht es denn aus bei euch mit Spritversorgung? Keiner. Also, ich habe noch kein Spritproblem. Ich habe auch gerade größere Sorgen als Sprit. Äh, Cowboy. Och, ehrlich? Ehrlich. Warte, vielleicht. Leute sind hier einfach zu weit weg. Warte, ich hake mich an. Also, ich brauche dann mal irgendwann Sprit, ne? Ist klar. Ah, bin angewürgt. Ja, ich bin ja immer so auf hinter dir. Kampf, Baby. Ja, ich bin wieder draußen. Kleiner Zwischenfall hat keiner bewertet. Da steht eben mein Fahrzeug bei mir. So, kommst du jetzt raus oder nicht? Weiß nicht. Ja, gut. Holla, die Waldfee. Ha, ha, ha. Ha. Komm schon. Nicht umgebringen. Ja, das ist gerade mein Problem. Mein Anhänger will das gerade. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier... Vielleicht beim Holz. Wo fährt denn jetzt Harald entlang? Muss ich rechts fahren? Den Fluss lang? Ich wäre jetzt nicht da hochgefahren. Ich muss doch da runter. Ich fahre jetzt da runter. Du kannst fahren. Ich sollte jetzt vorwärtskommen. Sollte gehen da vorne, ist nicht mehr so islamic. Ich glaube, das letzte Mal bin ich anders gefahren. Ja, ich glaube, du bist das letzte Mal da durchgefahren, wo ich jetzt durchfahre. Kann das sein? Ich weiß nicht, wo du jetzt durchfährst. Ja, schau mal auf die Map. Äh, ich habe gerade nur noch 99 Liter Sprit. Äh, ich, äh... Ja, wenn ich die das nächste Mal sehe, aber... Ich habe jetzt 312. Ich hänge irgendwie... Also... Außerdem bin ich kaputt. Nein. Ich weiß ja rundherum Bäume. So geschissen wie alles. Wusstet ihr, dass man beim ETS mit 100% Schaden noch fahren kann? Ja, der Harald muss ja wissen. Er muss sowas wissen, ne? So, Freunde, ich brauche echt mal Sprit. Kann einer von euch mich betanken dann? Oder soll ich jetzt einfach mal weiterfahren, bis mir der Sprit ausgeht? Okay, dann versuch dich mal durch. Ich bin jetzt hier... Oh, weah, hast du jetzt eigentlich Holz beladen? Ich habe Holz geladen, aber jetzt wird es ganz kritisch hier. Okay, Leute, ich breche hier meine Fahrt ab und ich fahre jetzt in den Typ C. Keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Oh, weah, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich da lebendig runterkomme. Holla, die Waldfee. Vor mir. Harald, vor mir bist du. Ja, es ist nur hier gerade. Ich bin gleich hinter dir. Freudiges Wiedersehen auf der Ebene. Wo wieder die Bäume fehlen. Ich bleibe jetzt hier wieder stecken. Oh, kacke. Nein. Okay. Ich brauche ein starkes Fahrzeug als Support. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt brauche ich A, Sprit und B, jemand, der mich rauszieht. Ja, wo bist du denn? Ich brauche nur B, ah, hallo, ich brauche nur B, jemand, der mich rauszieht. Und ich brauche jemand, der mich repariert. Das ist kranker. Mit welchem Augeflieger, also was muss man machen, um betanken zu können? Dafür, dass du mich hier immer rausziehst. Mann, ey. Ich hänge selber jetzt fest. Ach, komm. Ja, ich bin jetzt raus. Okay, dann mach die Winde ab. Ja, habe ich. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Kein Baum weit und breit. Davon ist der Harald. Ich habe kein Baum weit und breit. Jetzt musst du dich nochmal rausholen. Ja, sobald ich an dir vorbei bin. Ich komme mit dem Tankwagen bis hin zu euch. Und dann kann ich, äh, den Fränke lenken. Ja, ja. Doch, gut aus bei euch. Ich komme nicht mit dem Tankwagen. Dann mach einfach die Winde ran, wenn du, äh, aber ich muss ein bisschen Abstand haben. Ja, ich kann hier gar nichts mehr an dich anwinden. Ich? Zu weit? Nee, du bist zu weit weg. Aber nicht viel. Was war das denn? Ist wieder einer vom Stuhl gefallen oder was? Jetzt. Voll in die Steine rein, ey. Nee, noch einen Meter. Jetzt. Wer mit dem Ding rückwärts zu fahren? Nee, ich kann immer noch nicht. Ja, ich sehe sie irgendwie. Oh man, oh man. Hach mich nicht, wieso? Jetzt, 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 ja. Zieh mich raus. Probier's. Denk dran, ich habe auch noch ein paar Tonnen hinten drauf. Ja, ich bin. Kann mich jetzt hier jemand rausziehen? Ich bin unterwegs, aber ich dachte, so in 20 Minuten da sein würde ich sein. Ach komm, hör halt auf, das ist doch kacke. Okay, okay, Winde, ab, fahr, 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 fahr. Ich kann nicht. Fahr doch. Ich kann nicht. Oh, Alter, ich komme auch nicht raus. La, 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 la. Jetzt fängt noch andere fest. Ach, Lucky, das bist du. Hast du uns erst gesagt? Hier ist auch kein Baum. Jetzt habe ich euch erst entdeckt, es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Moment, ich komme. Ja, es gibt auch Licht. Ja, was wäre denn? Wer kommt jetzt her? Kommst du jetzt hierher? Ich hänge. Kommst du jetzt an mir vorbei? Du bist ja nicht mehr da. Eben. Ja, aber ich hänge doch im Schlamm. Aha, du hängst schon wieder im Schlamm. Oh, nicht schon wieder. Warte, die Hand wird gewarnt. Nein! Warte, ich komme trotzdem nicht raus. Aber trotzdem, weißt du, die Tatsache. Ja, ich komme ja schon. Also, ich glaube, ich bin ja direkt in die Mittelgebirge hier reingefahren. Kann mich mal bitte einer rausziehen hier jetzt endlich? Ja, ich bin dran. Ich muss jetzt zuerst ihn rausziehen. Warum ziehe ich mich nicht raus? Ach komm, zieh doch zuerst mich raus. Ich habe doch die Idee des Holz. Du bist aber zu weit weg. Ich habe auch Holz. Muss mich dann wieder rausziehen. So, warte, ich bin jetzt raus. Leute, ich bin demnächst mal da in fünf Stunden dann vielleicht irgendwann. So, jetzt fahre ich hier nochmal durch. Ah, jetzt komme ich schon mit meiner Klapperkiste an, also. So, jetzt hänge ich wieder. Super, ich komme mit meiner brennenden Kiste. Solltest du eigentlich sehen, Harald. Mach das Licht an. Also, ich habe noch 100 Reparaturkonten. Wie macht man das Licht an? Immer noch mit Haar. Ah, hab ich nicht. Oder geh wie gicht. Hab ich. Und ich hänge. Pass auf, dann versprich mir nicht sowas. Sag einfach, wenn du da bist, Bescheid. Aber nicht von wegen, ich bin gleich da. Das verkraftet mein kleines Herz nicht. Achtung, vor dir steht gleich mein LKW und du entfließt. Ja, warte, lass dich doch eben wegfragen. Ich komme gleich raus. Du bist mit meinem LKW durchgeglitscht. Cowboy, Vorsicht. Ja, da bin ich. Drück mein LKW durch. Ja, der Cowboy ist da. I need help. Cowboy, ja, baby. Gib's mir. Zieh mich raus. Zieh mich die Karte. Gib's mir Harald, baby. Ja, mach ab, wenn du raus bist, ne. Na, warte mal, ich muss erst mal hier, ich muss aufpassen, ich komme jetzt direkt ein riesengroßer Fels. Ja, ich merke's. Ja, ich merke's. Ja. Ähm, Winde mit F, ne? Ja, da. Ja, Mann. Winde mit F, wie finde. Das kann doch nicht sein, warum komme ich denn jetzt nicht raus? Nein, 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 nein. Kannst du mich von der Seite mal ein bisschen ziehen? Warte, ich mach nochmal die Winde ab. Habt ihr mich gesehen? Von welcher Seite denn? Links, rechts? Von rechts, weil links sind noch mehr Steine. Ja, toll. Ich will jetzt rufen. Ah, hallo. Ich geb's ungern zu, aber ich bin hier mitten in Stonehenge, ey. Ähm, wo bist du denn jetzt? Oh, die Freude ist da unten. Also, ich bin unterwegs. Ja, super, hilf mir viel. Naja, also es kann sich nicht mehr um Stundenhandel. Eine gute Nachricht. Ja, genau, so rüberziehen jetzt dann. Wir müssen erstmal wieder Holz abholen. Ja, ja, besser, besser. So sieht das schon besser aus, glaube ich. Ich hab noch gedacht, ich war es aber. Hast du kein Holz mehr beladen? Nein. Oh, ne, oder? Oh, scheiße, so viele Steine hier. Wir wollen heute noch irgendwann fertig werden, dachte ich. Ja, wenn du mich unterstützen kommst, dann bin ich mit Lamm nicht schnell. Hör, hör, zieh. Aber ich brauche einfach jemanden, der mich ein bisschen rauszieht. Ja, es war aber schon besser. Jetzt vielleicht nochmal von der anderen Seite. Wie jetzt? Von der linken Seite jetzt nochmal. Jetzt häng ich fest. Ach komm. Dann muss ich dich wohl rausziehen. Ja, du hast mich nämlich jetzt schon so reingeballert hier. Ja, so geht das, so geht das, so geht das. Jawoll. So, aber jetzt ist direkt hinter dir ein Stein. Ja, warte, ich fahre einem wieder vorwärts. Die Winde abgemacht. Mal gucken, ob das geht. Natürlich nicht. Ich kann jetzt langsam den Weg hier nach oben zum... Leck mich doch am Arsch hier. ...olsterboot auswendig. Jetzt vielleicht? Was? Bewege ich mich Millimeter. Naja, da bewege ich dich ja wieder rein. Ein bisschen weiter nach links würde ich versuchen zu kommen. Ich fahre nochmal so jetzt. Na links, ja. Ich fahre doch nach links. Naja, ich meine das Frauenrechts. Also rechts. Nein, links. Das Frauenrechts ist das links. Ja, das geht aber leider auch nicht. Du kannst dich jetzt nicht bewegen. Ist ich das richtig? Ja. Super. Wie willst du mich dann dann rausziehen? Zieh mich nochmal ein Stück zurück. Das Problem ist, du hast direkt hinter dir einen dicken Stein. Ja, das... Annehmen bitte. Annehmen, annehmen. Oder geht da noch was? Ich ziehe ja schon. Dich direkt auf den Stein drauf. Aber vielleicht kann ich ja, wenn ich dich ziehe, mich gleichzeitig mit rausziehen. Das ist gar nicht so doof. Nee, das Ding ist zu schwer. Du bringst sie nicht raus, indem du dich handelnd mit dem Fahrzeug hast. Ich habe mich bewegt. Ja, Millimeter. So, kommst du denn selber schon raus, oder? Nö. Warte, jetzt habe ich es. Abkett. Bin ich die gehofft. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Jawohl. Nein.